Das ist der Whisperpenny und der Whisperpenny, der verändert einfach den Klang von der Trompete, vom Flügelhahn. Zeigen Sie mal mit und ohne Whisperpenny. So ein rausches Sound. Also wenn ich jetzt nochmal spiele. Jetzt stecke ich diesen Whisperpenny da rein. Den Flüsterstift sozusagen. Es klingt nicht mehr so sauber, als wenn man Luft zieht. Also man kann das auch mit dem Ansatz verändern. Lässig sagst du?